Hallo Leute schön dass ihr hier seid wir machen da weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben wir müssen noch das letzte Rennen von dem Event schaffen. In der letzten Runde gab es ja diverse Komplikationen mit meinem Fahrzeug und das werde ich diesmal versuchen zu vermeiden und mal heil ins Ziel zu kommen hier. Das ist ja schon gleich los hier. Weg hier. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen hier. So wo waren die Umfeldstelle hier? Ne das war ich ja noch nicht. Hey 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 hey. Fängt ja schon gut an hier. Hey habt ihr einen Ratte? Geh weg. Ja jetzt mache ich dich fertig. Wuhuhu. Und das war gleich schon die erste Runde ja. Bin ich denn mein letztes Mal drüber gefahren wo sich die Karre so scheiß überschlagen hat? Hier da vorne ja hier war das. Da hab ich mich überschlagen. Ich muss mich aufpassen dass ich hier auf der Strecke bleibe. Dass ich ja nicht wieder so einen Hügel in der letzten Runde mitnehme. Ja mal ein bisschen rumkliften hier. Oha. Noch nie 100 Reifen auf der Straße rum hier. Oha. Ja wenn man sich hier ein bisschen konzentriert. Nicht so rumeiert. Dann funktioniert das auch. So letzte Runde. Die besagte letzte Runde. Und ab. Ups. Ja das läuft auch wie geschmiert hier. So muss das. Langsam mal ein bisschen Gefühl hier für das Fahrzeug entwickelt. Ich bin mal gespannt was es hier noch hat. Es gibt außer Autos und Rasenmäher. Vielleicht gibt es hier fahrende Einkaufswagen. Seifenkisten. Oha. Sehr schön. Na ein paar Credits. Könnte ich mir eigentlich auch mal ein bisschen was gönnen für mein Auto. Level 4 oder nicht Level 4. Doch Level 4. Und da gibt es eine Panzerung. Mehr Leistung. Und noch mehr Leistung. Na ja. Top. Sehr schön. Das war jetzt die ganze Rennsaison hier. So. Na 350, 500 Punkte. Geht ja. Kann ich jetzt mit leben. So. Was mache ich denn jetzt nächstes? Dirt Devils. Ach einfach mal das hier. So. Wo kann ich denn? Werkstatt. Meine Wagen. Achso hier habe ich nur den. Oder wie oder was. Kann ich ja auch Autos kaufen. Da gibt es ja was zu kaufen, Markt. Haha. Der sieht doch nicht aus. Was gibt es denn noch für eines? Na ja. Ich fahre erstmal ein paar Rennen. Die sind eh noch alle gesperrt hier. Der Dominator. Der Ripper. Der 6,80er Ripper. Na ja. Ne. Ich lasse die Karre erstmal so um vor das Rennen noch. Credits werden sowieso für nichts ausreichen. Und ob ich jetzt das Auto tune oder es einlasse weiß ich auch noch nicht. Ob sich das überhaupt lohnt. Das allererste Auto so viel rein zu puttern. Na ja. Da warte ich lieber noch ein bisschen ab. Spare. Und dann kaufe ich mir richtig was. Richtig geil Rasenmäher. So. Ein Dirt. Wir kommen zu Bloomfield Speedway. Aha. Ja mal gucken. Dann halten wir den ja mal bei 5000 Drehungen hier. Und vorwärts. Weg. Ja. Nadine. Es passiert schon wieder. Puh. Als Maul Mann. Kann ich das noch schaffen? Ey. Leute. Ich bin ja kaum losgestartet hier. Da fängt die Karre schon wieder an hier. Boah. Na leid. Ich möchte ja auch schön. Weg hier. Was ist denn? Ich komm hier ja auch nicht durch. Jetzt aber. Jetzt aber. Na irgendwie aufpassen jetzt. Ziemlich eng die ganze Sache. Ja. Ja. Jetzt weiter. Da auch schon vorletzte Runde. Ne. Kommt der ja. So. Jetzt aber. Ja. Position halten. Ach das war's schon. Alter. Hui lewetter. Das war aber echt knapp hier. Mein Fahrzeug könnte doch mal ein kleines. Kleines aber feines Tuning vertragen. Ich merk das schon. Ach das war jetzt ein Rennen. Von keine Ahnung wie viel. Kannst doch wie ganz vorne fahren. Passt. Und jetzt fahr ich nur im Kreis. Gar nicht viel verkehrt machen. Oh ja. Kommt aber nah hier. Hau ab. Aber letzte Runde. Ui. Hat der nen Rad ab? Wo kam der denn her? Wo kam der denn raus die Scheißen? Ey. Verzieh dich. Verzieh dich. Alter erster. Alter. Was war das jetzt für ne Scheiße. Jetzt kommen hier einfach mal random irgendwelche raus die Schossen. Und schießen die einfach mal einfach so ins Auto oder was. Was sind das hier für Regen hier. Was nett ich betrug. So was asoziales hier. Wartzeug. Und jetzt hier noch mal im Kreis fahren oder was. Ich war doch schon hier amtierender Meister hier. Im Kreis fahren. Kreisfahren Meister. Kreismeister. So. Hehehe. Obwohl es eigentlich eher so in der Oval ist. Aber naja. So. Aber 6 Runden jetzt. Was ist das für ne Scheiße? Ja. Na komm her. Ich schieb dich. Ich schieb dich. Das hat er mich ernsthaft überholt. Ich brauch doch mehr. Ich hätte doch mal ein bisschen Leistung reinhauen sollen. Das ist nicht schnell genug. Ja theoretisch bin ich Zweiter. Jetzt bin ich Erster. So. Vorletzte Runde. Jetzt auch noch mal volle Konzentration hier. Da kommt der Wichser schon wieder her. Zieh dich Junge. Letzte Runde. Hau ab. Nein. 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 Hehehe. Drecklappen der. Aha. Neuer Retter. Ach das war es jetzt schon oder wie. Es wird eigentlich noch viel mehr angezeigt. Na gut. Dann geht es jetzt locker flockig. Hier weiter. Jetzt guck ich doch mal in die Werkstatt hier. Upgrades. Ach ja. Beschleunigung Höchstgeschwindigkeit. Mehr brauche ich eigentlich erstmal nicht. Motor. Naja schön. Was bringt mir das? Gefühlt gar nichts. Geil. Krempe. Das kostet ja Krempe. Preis 150 kr. Wbkr. Wbkr habe ich hier. 16.000 oder was. Ja. Ja. Da kann ich noch ein bisschen was bauen. Es bringt auch alles kaum was. Plus 1 PS. Willst du mich verarschen? Den PS ziehen kannst du. 5 PS. 6 PS. Das ist schon mal besser wie 1 PS. Das kostet ja Krempe. 750 kr. Vor der kr stehen. Und jetzt hier das nochmal reinpusten hier. So und dann reicht das hier für den guten Autowagen. Fürs erste. Vielleicht gibt es ja noch eine geile oder bessere Lackierung hier. Was ist das hier? Hey. Nimm ich das ja mit Feuer. Oh. Die Farbe ist mir völlig geil hier. Ich nehme mit Feuer. Wir werden starten. Und dann sinken. Oh, hätte ich mal doch lieber die Panzerung. Bisschen geupgradet, scheiße. Oder ich sollte mir vielleicht eventuell mal vorher durchlesen, was für Events ich hier starte. Das wäre vielleicht auch mal von Vorteil. Scheiße, jetzt ist doch alles zu spät. Ach guck mal, hier steht's doch, Schwierigkeit. Schaltung Automatik, ABS voll. Aha. KI-Schwierigkeit, Neuling. Was, okay. Amateur, Experte, 3 gibt's hier. So, ne, dann bleib ich hier bei Neuling. Ich weiß ja auch nicht. Hm. Ne, das bleibt bloß mal alles so. Das bleibt alles so, wie es ist hier. Oh, gleich auf Angriff, gleich auf Angriff. Hahahaha. Au. Oh, Alter, fällt das rein. Schieben. Oh, bis Anlauf nehmen. Bam. Jetzt wollen wir uns jetzt. Bats. Ah, jetzt aber. Bam, Junge, der hat richtig reingesessen. Bam. Neee. Ja, ich hab immer noch 99 Punkte, ja. Jetzt komm weg. Jetzt. Bam. Und. Bam. Ja, na klar, wenn ich hier so in der SUV reinfahre, passiert da nicht viel. Ey, Gas. Kommt da gar nicht aus der E4. Mal gucken. Ja, der sieht gut aus. Bam. Den hab ich so richtig, der, Alter, dreht sich immer noch. Hahaha. Scheiße. Ist eigentlich hier die Handbremse. Bam. Und, und, ah, der aber auch selbst schädigend irgendwie. 286 Punkte, hau ab von mir. Bats. So, der Erste scheint hier schon mal kaputt zu sein. Und jetzt komm ich einfach noch rein hier. Bats. Hahaha. Ist mein Nächster kaputt. So, ich habe noch 82 Punkte hier. Bam. Jetzt komm ich nochmal. Bam. Ah, ich würde den Blauen erwischen. Bats. Das sind Schrottteile die hier oben liegen. Ah, der ist schon kaputt. Geh weg. Aua. Eieieieiei. Ich komm hier nicht mal raus. Hilfe. Jetzt bereit ich mich auf einen erneuten Angriff vor. Bam. Kramp! Darauf gibt doch ja kein Gas mehr wirklich! Irgendwie scheint motortechnisch was beschädigt zu sein, so wie es aussieht. Aber, Federung beschädigt. Ist nicht schlimm. Ne, Frontal ist nicht so geil. Mal gucken wir sich ein, richtig geile seitliche Wäsche hier, Soja! Bats! Naja, fast so. Kleine Drehung hier, und uff! Jetzt sind die Großen noch, den hier! Ausgeschalten! Demoliert! So, und jetzt den noch demolieren hier. Oh, hier werden noch ein paar Punkte haben. Fünf Gegner noch. Oh, ich muss... Bats! Diesmal jetzt hier nicht noch Zeit. Diesmal muss ich der letzte Überlebende sein. Nein! Ah, die Kontrolle verloren! Nein! Was muss man das jetzt? Wer ist jetzt hier noch? Das sehe ich ganz schlecht. Hallo, könnte mal jemand bitte die kaputten Fahrzeuge von der Fahrbahn räumen? Danke! Vier Gegner noch. Da ist einer! Du bist Gegner! Bam! Ah, hängt deine Kofferraumklappe schon mal auf halb neuner! Au! Ehhh... Der fährt schon ganz schlecht. Bam! Dudemoliert! Wuuuhuhuhuhuhuhu! Wie sauer sieht das Digger Jockey! Ah, das ist geil! Mäh! So, halbes Auto. Dass das noch fährt... Dick hier So, zwei Gegner noch Der Blaue fährt ja immer noch hier rum Mit drei Gegner noch Ja, der Herr Süd wie Schrott, komm her Ich hole dich Ja, minus eins, ne, ist gar nicht mehr gesporen hier, minus eins Beschleunigt er nicht mehr richtig hier Das Auto fährt sich jetzt so, wie es aussieht Hallo, wo fahren die denn rum, ich drehe jetzt hier So, gucken wo die hier sind, da ist einer Ja, warm So, ich mach dich kaputt Jetzt, 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 jetzt Mann, da hat er sich hinter der scheiß Schrottkader versteckt Zwei noch Ey, es kann nicht sein Gib Gas, gib Gas, nein, auf Ja, ramm ich doch, dann machst du ja auch die Sauber kaputt Jetzt komm ich Cool, die haben sich gegenseitig jetzt demoliert, geil Fünf habe ich anscheinend jetzt selber demoliert Ja, sportlich So, Level sechs jetzt hier, ne, Level fünf Sehr schön Sehr schön, sehr schön Und damit soll es das jetzt auch gewesen sein Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht's gut, Leute Vielen Dank Vielen Dank.